um der Porto ich bin wir haben überlegt wie wir die Begrüßung machen und dann habe ich einfach gesagt lass einfach mal gar nichts machen ich kann mich an die vom Wald erinnern das ist immer nicht gespielt aber nicht weiter erinnere ich mich durch die Flügel er es wollen aber ich habe es mir ins Auge gehauen auch er gestorben kippen das ist Ich bin eine richtige Missile, oder? Komm mal her, dass ich meinen Kuh vorstelle. Dieser Schlüssel da unten, der hat nichts zu sagen, oder? Ja, du wolltest ja gerade nachgucken, ne? Ganz unten. Hier ist aber ein Pilz drin, oder? Bestimmt. Komm, da hoch noch. Dankeschön. Die Verwalt, der Illusion ist komisch. Oh nein. Wasser, wäbel. Nein, 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 nein. Nein! Fuck. Shit. Hey, wir sind jetzt predigen. Ja, das ist jabound. Das war's. Bitte, bitte. und beim ein 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 Kölner Köln 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 das habe ich nicht kommen Die Musik ist geil Das ist einfach nur der normale Soundtrack Verlangsam und ein bisschen angepasst Das ist doch nein und diese Fische nicht Naja Ich bin diese Fische die die ganze Zeit auf dem Boden stellen voll cool Chiller Fischer Keine Ahnung, die chillen auf dem Boden und sehen richtig fett aus Köln 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 Und das ist so nett Dann Bambaban Bambababa Bambabababam Jawohl auch wittig die Idee die da auf dem Boden schlafen Mainzer Ja der ist voll cool man, das ist der Babo Ja voll der Babo Werke ist ein chill-fisch der Chiller absolut chill-fisch ich bin jetzt der Babo Soboos schon wieder game over wenn ich versuche ich schaue ich nicht einmal erklären warum ich so scheiße bin um unerklärlich also ich habe das Spiel nie selber gespielt aber der Fall der Illusion kenne ich weil ich jemanden dabei zu guckt Wart Arne Böse das schild schon wieder jemand das schild schon wieder ich glaube ich muss hier hin ich habe ihn geweckt warum wächst du hier hin ist so dumm er ist voll cool der Verbraucher dort machte und holen A zu hoch sieben der der denn also die über die man kann sagen was man will aber Super Mario World ist best best Schönen Dank. Ah! Da sind Bomben dran. Das flutiert der jetzt. Nein! Ich hätte auch abspringen können. Ich bin doch bescheidender. Ich bin doch noch richtig gemisselt. Oh ja. Ich bin so noch richtig gemisselt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wasso? Also noch... Noch mehr Witter als ich bin... Kann keiner... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich denke, das ist für... Ja. ja und und er kann Also, das Level ist ... Na, du Bastard! Also, das Level ist ... Wenn ich das jetzt ... Ah, ich darf ihn ... ... Auf jeden Fall das Level ist ... Ich hab's auf jeden Fall geschafft, das Level ... ... Und du hast gesagt, es gibt noch eine Starroad. War nicht dein Ernst, oder? Es gibt zwei. B2. Oh nein! Nicht schon wieder ein Spukhaus! B2. 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 Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. ja dann tue es auch mhm ich bin dreckig Stütze dazu, oder? ja ich bin gesprungen ich bin gesprungen in den Tod gerutscht das war keine Wohnung und die Partlängen sind teilweise sehr oh shit Entschuldigung ich werde dieses Geist auch nicht in die Part schaffen definitiv das weiß ich jetzt schon was ich auch weiß ist dass ich total scheiße bin also in dem Spiel ne nicht das hier falsch das ist 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 Was? Was? Ich weiß noch nicht. Was rufkier ich jetzt? Puh! Okay, immerhin weiß ich jetzt wo das Ziel ist. Der Level kann ich... ... ... ... ... ... ... Ähm, kann das sein, dass ich die grad total verkackt hab? Der Piet, bitte, bitte, sei noch da. Ich glaub ich, das hier noch was, oder? Ja. Bam. Und ich darf ein Bonus-Game machen. Krass. Kommt damit im nächsten Tag. Vielen Dank für die Blumen. Ja. Ja.